So, jetzt läuft es. Ja, schlechtes Timing gerade. Jetzt kommt gerade der Patex nach Hause. Jetzt quatscht er aber doch noch auf der Straße rum. Ich wollte mal schnell aus bestimmten Gründen eine Meditation vorstellen, die ich in den letzten Tagen und Wochen öfters mal vorgeschlagen hatte. Und als relativ gutes Feedback dazu bekommen habe. Weil es eben sehr effektiv ist, sehr wirksam und auch ein bisschen lustig. Und zwar ist das die Scheiß-Meditation. Die ich seit Jahren anwende und die mir sehr hilft, mit dem Scheiß in meinem Leben parat zu kommen. Und zwar ist es relativ einfach. Wenn man in einer Situation ist, wo man mit Scheiße konfrontiert ist, wendet man eine gehörige Portion Scheiß drauf an. Frieden. Ja, das ist wieder Scheiß drauf ist auch Frieden. Scheiß drauf klärt wieder alles. Ja, Scheiß drauf. Und dann stellt euch vor, wie ist diese Scheiße dann in eurer Wahrnehmung körperlich, schickt ihr das in euren Darm rein. Und jedes Mal sammelt das einfach. Passiert ja genug. Und wenn ihr dann auf dem Klo sitzt, dann sammelt ihr das alles nochmal in euch. Und dann drückt ihr das durch euer Arschloch, meistens, in die Kloschüssel rein. Und verabschiedet euch dann auch beim Abziehen davon. Das war die Scheißmeditation. Ich freue mich auf Feedback. Bis dann.